Krachen lassen. Vor knapp anderthalb Monaten saß ich zusammen mit Frank beim Produktionsmeeting. Das ist das Meeting, wo man so alle Ideen für die Tournee bespricht. Und für dieses Stück habe ich, glaube ich, ganz deutlich gesagt, ich hätte sehr, sehr gerne natürlich ordentlich Büro. Ich glaube, mein Satz war damals genauer, lasst die Bude brennen. Genau, das habe ich gesagt. Mal sehen, was wir heute Abend hier an Büro in Berlin am Start haben. Wir spielen jetzt für euch Rage Against the Machine. Killing in den Nehmer. 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 Musik 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 Für die nächste Nummer brauchen wir eure Unterstützung Applaus Musik 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 ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk